So, herzlich willkommen zur Opening-Belle. Unsere technischen Probleme alle überwunden. Das heißt, wir können jetzt erstmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin schalten, zu Franzi Schimke. Dir einen schönen guten Tag. Schreien. Ja, genau. Ja, einen schönen guten Tag. Die Probleme sind alle ausgeräumt. Und deswegen schreien wir jetzt weiter nach Frankfurt und machen das nicht technisch. Und du schlürfst Kaffee. Also, 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 also. Ziviler Unbehause. Darüber kann man auch am Nachmittag schimpfen. Ja, genau so schaut es aus. Aber über den deutschen Leitindex haben wir heute nichts zu schimpfen. Wir sind nach zwei so ein bisschen lethargischeren Tagen jetzt wieder freundlicher unterwegs. Das sind vor allen Dingen gute Quartalsberichte von DAX-Unternehmen, aber eben auch Konjunkturdaten und die freundlichere Wall Street von gestern, die uns hier den nötigen Auftrieb verleiht. Und somit sehen wir den DAX bei 13.265 Zählern. Ein halbes Prozent geht es nach oben. Wir waren heute gegen Mittag noch höher unterwegs. Da haben wir fast mal die 13.300-Punkte-Marke wieder angetestet. Apropos Berichtssaison. Infineon hat Zahlen gebracht. Die Aktie der große Überflieger, 6,5 Prozent, geht es nach oben. Seit Jahresbeginn des Papiers gar nicht so gefragt, gerade mal 8 Prozent. Aber seitdem man ab Mitte Juni jetzt wieder im Aufwärtstrend ist, geht es um circa 40 Prozent schon nach oben. Viertes Quartal und der Profitabilitätsausblick 2020, die sind besser als erwartet. Die Deutsche Post, 4,5 Prozent fester. Auch da knüpft die Aktie an ihren Aufwärtstrend an. Es ist der Online-Boom, der eben der Aktie Gelb heute ganz viel grüne Farbe einhaucht. Und somit geht es auch da nach oben. Erstmals seit Juni 2018 das Papier wieder über der 33-Euro-Marke. Ansonsten E.ON, RWE und Heidelberg Zement unter den Top-Werten, unter den Flop-Werten. Kontinental endgültige Zahlen gab es da. Man rutscht wegen Milliardenabschreibung und eben der schwächer werdenden Autokonjunktur tief in die roten Zahlen. Ausblick wurde als trist eingestuft. Es geht nach unten, 1,2 Prozent. Defensive Titel ansonsten so ein bisschen schwächer mit FMC und Beiersdorf. Aber auch Adidas und die Aktie von der Allianz geben nach. Wobei es bei der Allianz noch einen negativen Analystenkommentar gab. Himmel, deine Übergänge heute waren derartig butterweich. Unglaublich, das kann man auch nicht lernen. Also, dir einen schönen Dank nach Frankfurt. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an den US-Börsen an. Tja, Verhalten, Zuversicht würde ich das Ganze mal nennen. Das ist noch so ein bisschen ruhig. Hat sich noch nicht so richtig viel getan. Aber das kann sich natürlich noch im Tagesverlauf ändern. Gestern haben wir ja auch schon so ein bisschen gesehen, die Anleger warten darauf. Wie entwickeln sich jetzt die Gespräche im Handelsstreit? Werden die Amerikaner vielleicht noch einlenken? Weil die Chinesen ja sagen, wenn ihr die Strafzölle nicht wenigstens teilweise zurücknehmt, dann wird es keinen Phase-One-Deal geben. Also, von dort her noch ein bisschen Spannungspotenzial auf jeden Fall vorhanden. Tencent Music hat heute vor Handelsbeginn Quartalszahlen gemeldet. Ich hatte mich mit meinem Kollegen Benedikt Kaufmann darüber unterhalten. Er sagte, sehr gut ausgefallen. Aber das werden Sie dann im neuen Aktionär nachlesen können. Jetzt hatten wir heute vorbörsig Kronos beispielsweise. Overstock ist mit dabei gewesen. Wobei ich denke, die hätte ich schon gestern Abend gesehen. Also, wir haben durchaus noch die eine oder andere Veröffentlichung, die hier durchaus Aufregung und Kursbewegung verspricht. Wir haben beispielsweise Weibo am Donnerstag vor Handelsbeginn. Wir haben Nvidia nach Handelsende. Vor Handelsbeginn haben wir auch noch Walmart. Sehr interessant. Übrigens im Hinblick auf die Entwicklung der Online-Umsätze. Applied Materials haben wir noch mit dabei. Ganz wichtig für den Chip-Sektor. Und am Freitag dann JD.com nach der Rocket-Vorstellung, die wir jetzt am Single-Stay gesehen haben von Alibaba, ist da sicherlich auch genügend Spannung vorprogrammiert. So, jetzt schauen wir uns mal die Einzelwerte an, die wir dabei haben. Uber, 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 naja, sei es drum. Auf jeden Fall die Lock-Up abgelaufen, Quartalszahlen gemeldet. Sie machen natürlich noch einen Haufen Verluste. Das wird sich auch erstmal fortsetzen. Vielleicht 2021 dann der Sprung in die Gewinnzone. Und dann gab es ja diesen Moment, als man, ich glaube hier waren die Zahlen, dann gab es ja diesen Moment, als die Lock-Up abgelaufen ist. Und dann hatten wir ja schon darüber gesprochen, so und so viele hunderte Millionen von Dollar, die praktisch in den Markt reinkommen könnten, viele Millionen Aktien gewesen. Und einer hat davon auch kräftig Gebrauch gemacht, nämlich Travis Kalanick, der Gründer und frühere Vorstandschef. Der ist ja dann rausgedrückt worden von den ganzen Investoren, von den ganzen Großinvestoren, Risikokapitalgebern, nachdem er ein eher unschönes Umfeld, Arbeitsumfeld in dem Unternehmen geschaffen hatte. So, und der gute Mann hat jetzt für mehr als eine halbe Milliarde Dollar Aktien verkauft. Ich glaube, es waren insgesamt so um die 20, 22 Millionen Aktien, die da in den Markt gekommen sind, von ihm verteilt über drei Tage. Klar könnte man sagen, ach, der Gute hat nochmal hinterhergetreten, würde ja irgendwie zu seinem Verhalten auch im Unternehmen passen. Er ist ja kein so ganz freundlicher Mensch gewesen, aber sei es drum, man darf eins nicht vergessen, das ist nur etwa ein Fünftel seiner Positionen. Also er hält immer noch 75 Millionen Aktien von Uber und weshalb er dann dieses Aktienpaket auch zu den doch deutlich niedrigeren Kursen rausgeworfen hat. Dazu gibt es Überlegungen und man ist dann irgendwann sich einig gewesen, es muss wohl damit zu tun haben, Kalenek hat ja ein neues Projekt geschaffen, Cloud Kitchens heißt das, glaube ich. Also da geht es um Food Delivery und beziehungsweise die Anbindung für die Restaurants und da hat er eine neue Plattform, eine neue Technologie, das kostet viel Geld und deshalb also dieser massenhafte Verkauf. Jetzt momentan sind wir da so eher auf der Warteposition, wie es weitergeht. Klar, Luft nach unten ist immer noch 27 Dollar, die die Aktie verlieren könnte, nichtsdestotrotz sollte man jetzt langsam mal das Link auf die Watchlist packen. Klar kann man sich auch immer mal wieder vergreifen, gerade wenn man versucht hier kurzfristig irgendwie eine Trendwende zu erwischen, aber prinzipiell, denke ich so vom Gefühl her, ist Uber langsam mal reif für eine Gegenbewegung. Google, Apple, da gab es von KeyBank eine Kurzstudie und eine Einsetzung, dass sich die Nachfrage nach dem iPhone 11 doch deutlich belebt hat. Tja, ach was mag man da sagen, kommt natürlich völlig überraschend. Also zum einen gab es ja genügend Hinweise, dass das so sein könnte. Der jüngste übrigens waren die Verkäufe beim Singles Day, weil dort hat ja dann Alibaba selbst gesagt, also direkt nach Huawei's Mate 30 oder Mate 10, ich weiß es gar nicht, wie das Smartphone heißt, direkt danach kam auf jeden Fall das iPhone 11, das auf den Wunschlisten und auf den Einkaufslisten ganz oben stand und dann auch ausgeliefert wurde. Also von daher, dieser Nachfrageschub durchaus jetzt nicht ganz überraschend, ganz im Gegenteil, jetzt müsste man langsam mal wieder so den Abstand messen vom Kurs zur 200-Tage-Linie, erscheint jetzt doch relativ weit geworden. Und natürlich könnte dann Apple irgendwann mal zumindest hier vielleicht so ein bisschen in die Seite rein konsolidieren, weil der Anstieg natürlich auch in dem Tempo nicht machbar ist, freut es uns natürlich für alle, die mit dabei sind. Tolles Unternehmen, jetzt wieder mit guten Zahlen und guten Aussichten und die werden natürlich noch ein bisschen besser, wenn sich die Amerikaner und die Chinesen einigen auf die eine oder andere Weise. Und bevor ich Ihnen jetzt hier das ganze Feuerwerk der großen Tech-Konzerne anbiete, machen wir es doch ganz einfach, nehmen wir den FANG-Index. Dann sehen wir nämlich, aha, die sind ja, also FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google, also Alphabet, die sind in den vergangenen Tagen und Wochen sehr, sehr stark gelaufen. Jetzt sehen Sie hier unten einen Indikator, der so anzeigen soll, ab wann wir denn in den überkauften und beziehungsweise überverkauften Bereich einsteigen. Weshalb ist das relevant? Naja, in der Chart-Technik versucht man ja immer irgendwie Punkte zu finden, wann man jetzt eine Akte kauft beziehungsweise verkaufen sollte. Und jetzt im überverkauften Bereich, ja, das ist hier unten, diese kleine Markierung, wenn wir unter diese grüne Linie fallen, nehmen wir lieber die, die ist etwas besser zu erkennen. Ja, und wenn das Ganze dann dreht, dann hätten wir hier so ein kleines Kaufsignal gehabt. Kann funktionieren, übrigens muss es aber nicht, aber hin und wieder, wenn man dann nach Argumenten sucht, ja, dann bietet sich das durchaus an, mal zu schauen, sind wir denn eigentlich schon heiß gelaufen? Denn darum geht es ja, ja, dass die Aktie gestiegen ist und vielleicht heiß gelaufen. Und dann nimmt man diesen Indikator und sagt, aha, oversold und zwar so stark wie, ja, seit Juli eigentlich nicht mehr und vielleicht sogar seit April, wenn man es ganz genau nehmen will. Also wäre tatsächlich möglich, dass wir hier eine kleinere Konsolidierung sehen. Peloton, Peloton, das hat mein Kollege Andi Deutsch sich mal vorgenommen, das war ein IPO an der Wall Street, letztendlich so ein Fitnessunternehmen, ja, und für all diejenigen, die nicht im Studio auf dem Rad dann strampeln wollen, die können das auch daheim machen, haben einen Bildschirm vor sich und können das trotzdem in der Gruppe machen. Der Sinn erschließt sich mir nicht, aber das Geschäftsmodell scheint anzukommen, weil das Unternehmen hat 560.000 Abonnenten im letzten Jahr hinzugewonnen, die tatsächlich dieses Abo haben und dann auf dem Schirm in der Gruppe zu Hause irgendwie sich abstrampeln. Ja, und das Unternehmen hatte Quartalszahlen gemeldet, die sind übrigens sehr gut ausgefallen, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, ich denke, es war letzte Woche, Umsatz um mehr als 100% gestiegen, der Verlust deutlich gesunken, trotzdem war die Aktie dann zunächst einmal deutlich eingeknickt. Sie sehen das also hier vor den Zahlen, ja, dann ging es mit den Zahlen nach unten, aber sie erholt sich auch wieder. Die könnte man durchaus jetzt mal auf die Watchlist setzen, denn langsam wird es interessant und ich würde mal behaupten, wenn wir hier dieses Zwischenhoch rausnehmen, dann könnte es richtig interessant werden, richtig spannend werden, denn IPOs, stopp, das ist vielleicht an einigen auch vorbeigegangen, die haben dann gesagt, ach nee, momentan die Zeit, die passt jetzt nicht fürs IPO und wenn dann hier diese technischen Marken rausgenommen werden, könnte das Interesse natürlich ansteigen und dann könnte man da versuchen, ein paar Quick Bucks zu machen, wie der Amerikaner sagt, ein bisschen Kohle mitnehmen, man muss ja nicht gleich zum Langfristinvestor werden. Walmart, Walmart, die bringen ja auch noch Quartalszahlen, hatten wir ja vorhin auf der Übersicht gesehen und da wird davon ausgegangen, dass die Online-Umsätze tatsächlich um 35%, natürlich auf Jahressicht, dann gewachsen sein werden. Also ist natürlich ein toller Erfolg für Walmart, man hat die ja auch häufig genug in der Vergangenheit abgeschrieben und hat gesagt, pff, gegen Amazon machen die überhaupt gar keinen Stich, tja, essig ist es, ne, totgesagt, die leben länger und die haben sich klasse erholt. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Walmart viele, viele Milliarden Dollar in seine Online-Plattform und in den Online-Auftritt investiert hat, aber eben nicht nur. Es gibt ja Initiativen jetzt für bestimmte Produkte, die dann direkt am nächsten Tag, also die bestellen das und direkt am nächsten Tag wird das ausgeliefert und das kennt man natürlich von Amazon, das funktioniert, weil die Leute halt einfach bequem sind und die Bedürfnisse am besten sofort befriedigt werden und das Zeug will man dann auch direkt am nächsten Tag im Haus haben. Also von daher machen die alles richtig und demnächst direkt bis in den Kühlschrank rein, Kühlschranktür auf, reingeworfen, Sache ist erledigt und das spricht natürlich schon dafür, dass es weiterhin gut läuft. Die vernachlässigen übrigens auch ihr Kerngeschäft, also in den richtigen Supermärkten überhaupt nicht, schauen immer, dass sie die günstigsten Preise anbieten können, investieren unglaublich viel ins Marketing, also von daher alles gut und wir rechnen durchaus mit guten Quartalszahlen. Und Walt Disney, da geht heute Disney Plus los, Disney Plus, also ein weiterer Konkurrent für Netflix, dann kommt ja natürlich Apple TV, dann haben wir von HBO noch was zu erwarten und NBC Universal haben wir ebenfalls noch was zu erwarten. Also da kommen schon noch ein paar Streaming-Dienste an den Markt, aber die sind halt relativ günstig hier, 6,99 beziehungsweise 70 Dollar im Jahr, die man aufwenden muss und dann kann man sich beispielsweise die ganzen Star-Wars-Geschichten anschauen, natürlich auch alles, was hier irgendwie im Comic Super-Wunderland-Disney mal irgendwann abgedreht wurde, das wird ebenfalls mit in der Bibliothek sein. Also einige hundert Angebote direkt für die ersten Abonnenten der Stunde und Disney macht das ganz geschickt, die mischen das nämlich auch mit ganz viel Material aus den 80er, 90er, frühen 2000ern und ziehen damit natürlich die Leute an, die so ein bisschen diesen Nostalgie-Gedanken frönen und die holen sie dann ebenfalls mit ins Boot. Also ich finde das schon ganz interessant, wir werden es natürlich in den kommenden Jahren, ein, zwei, drei Jahre, wird es interessant werden, wie Disney denn glaubt, dass es weitergeht, weil das ist bestehender Content, sie müssten aber neuen Content kreieren und sie haben selber schon gesagt, naja, auf Sicht einiger Jahre wollen wir so 60 Eigenproduktionen fahren, aber da wissen wir von Netflix, das wird mal eine richtig teure Angelegenheit. Das sind übrigens auch keine guten Nachrichten für Netflix, aber das nur am Rande. Nio, Nio, tja, früher die chinesische Tesla zusammen mit BYD, auch große, im Zuge des E-Auto-Booms im größten Markt der Welt überhaupt für diese Sparte, nämlich in China, sind die nach oben gelaufen und Nio läuft jetzt nach unten, weil sie einen Haufen Geld verbrennen und weil die Absatzzahlen zumindest bis zum letzten Quartal nicht gestimmt haben. Dann hat Nio Quartalszahlen rausgebracht und da waren die Absatzzahlen doch deutlich besser gewesen als befürchtet, muss man ja in dem Fall sagen. Weshalb es jetzt wieder nach unten geht, weshalb sie es einfach nicht schafft, nach oben zu laufen, ist natürlich auf der einen Seite die Angst, dass die Cash-Burn-Rate viel zu hoch ist, als dass es nachhaltig sein kann und dass irgendwann auch die Großaktionäre hier, in dem Fall ja Tencent, sagen, nee, oh stopp, schade, da verbrennen wir kein Geld, viel Glück für die Zukunft. Ja, dann würden die direkt in die Pleite schlettern. Das zweite ist natürlich, die Chinesen haben laut nachgedacht darüber, ob sie vielleicht die Subventionen ein weiteres Mal kürzen wollen. Jetzt wissen Sie vielleicht, im Juni, ja, im Juni hier irgendwann und davor ja schon, gab es ja die erste, also gab es ja eine Kürzung der Subventionen um die Hälfte von 7300 minus 50 Prozent. Das haut natürlich schon voll ins Kontor rein und jetzt soll das vielleicht nochmal gekürzt werden und das drückt momentan so auf den Kurs. Ist noch nichts beschlossen, man will das abwarten. Ich hatte es, glaube ich, schon jetzt vor ein, zwei Tagen mal mit dabei, die gleiche Geschichte, aber für diejenigen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, das ist der Grund, weshalb es mit diesen E-Auto-Anbietern einfach momentan nicht klappen will, obwohl ja chinesische Aktien gut laufen. Ja, schauen Sie sich her, jetzt werden die kommen. 23, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es mir aufgeschrieben. Rund 24 Milliarden Dollar haben die in der Zeit vom 1. November jetzt bis zum Singles Day umgesetzt. Sie haben sich drangehängt, haben ebenfalls ihre Schnäppchen in den Markt gebracht, etwa 24 Milliarden Dollar Umsatz. Und die werden natürlich dann ihre Quartalszahlen diese Woche noch melden. Es wird erwartet, ein Umsatz von 18 Milliarden Dollar und ein kleiner Gewinn von 17 Dollar Cent für das letzte Quartal. Und ich bin davon überzeugt, dass Tradicom mit seinen ganzen Initiativen das durchaus auch liefern kann. Der Ausblick müsste jetzt mit dem Wissen, dass der Singles Day gut gelaufen ist, müsste der Ausblick eigentlich für die kommenden drei Monate oder für die laufenden drei Monate ebenfalls sehr gut ausfallen. Und ich glaube, dass man sagen kann, schauen Sie, hier diese ganze Zeit, die wachsen, aber die Bewertung ist nicht mitgewachsen, weil der Kurs da in dieser Spanne festgehangen hat. Also man kann hier durchaus davon ausgehen, dass wir noch Luft nach oben haben, vielleicht sogar in dem Bereich 38, 40 Dollar. Das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für Weibo. Die chinesische Ausgabe von Twitter hatten ja in den vergangenen Quartalen damit zu kämpfen, dass natürlich die chinesische Wirtschaft sich abgekühlt hat. Dadurch gab es auch weniger Online-Werbung. Dann gab es zudem natürlich auch viel mehr Konkurrenten. TikTok beispielsweise von ByteDance kamen noch einige andere dazu und dann hat sich das Ganze noch aufgesplittet. Also, die hatten halt das Problem, dass es weniger Werbekunden gab, weniger Werbedollars. Ja, und dann kam auch noch die schwächelnde Wirtschaft dazu. Und das hat so ein bisschen, hat in den vergangenen Quartalen auf den Zahlen gelastet. So, was wird jetzt erwartet für das laufende Quartal? Ein Umsatz von 468 Millionen Dollar, was mehr oder weniger auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Das wäre per se natürlich nicht schön, aber deutlich besser als das, was man befürchtet hatte. Also, am Markt wird das jetzt mittlerweile aufgenommen als mögliche Trendwende, weil ja Weibo dann auch mit, jetzt ist mir der Name entfallen, dieser neuen App, die ja so Instagram-like ist, tatsächlich ein neues Tool im Angebot hat, mit dem man dann tatsächlich die Monetarisierung weiter vorantreiben kann. Beim Ergebnis der Aktie, wie gesagt, ein Gewinn von 73 Cent wird hier erwartet. Schauen wir es uns einfach mal an und warten. Ich denke, auch hier dürfte sich im operativen Geschäft langsam mal eine Trendwende abzeichnen. So, das soll es von dieser Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gute Kurse. Wir sehen uns an gleicher Stelle, dann morgen früh wieder. Bis dahin, tschüss.